GMP1 TV je beim Swiss MMA Championship Nummer 4 in Basel. David Palukai an meiner Seite mit seinem Team, wie man hier schon sehen kann. Fight School Hannover in der Haus. Es lief ja besonders gut für dich in Runde 1, war schon Schluss. Fass den Kampf vielleicht am besten aus deiner Sicht für uns zusammen. Ja, der Gegner war stark, hat Spaß gemacht mit ihm zu kämpfen. Ich wollte eigentlich ein bisschen Stand-Up mehr machen, aber er hat mich geshootet und das war sein Fehler. Man kennt es ja von dir, du gehst ja nach Möglichkeit gerne auf den Boden. Das war ein Fehler, wie du gerade schon gesagt hast von deinem Gegner. Aber wie war denn der Gameplan? Warst du von vornherein schon drauf fixiert, den Kampf auf den Boden zu bekommen? Oder wolltest du wirklich es ausprobieren, um zu sehen, klappt es und wenn es klappt, im Stehenbleiben? Wir hatten keinen Plan gehabt, weil wir haben den Gegner gegoogelt. Wir haben nicht viel gefunden und da haben wir uns entschlossen, ihn so zu nehmen, wie er kommt. Das war so der Plan. Und auf dem Boden, gab es da irgendwelche Schwierigkeiten oder wusstest du schon, wohin die Reise geht, als du dann zum Choke angesetzt hast? Ja, Schwierigkeiten gab es da nicht so viele, aber ich wusste nicht, wo die Reise hingeht. Aber ja, zum Glück ging die gut aus, die Reise. Dann frage ich das Team, das ja sehr glücklich aussieht. Von außen nochmal eure Sicht der Dinge. Wie habt ihr den Kampf vernommen? War alles nach Plan oder gibt es das eine oder andere, was man verbessern könnte? Ich fange an und gebe es dann weiter. Alles klar. Ja, also wir hatten so einen geringfügigen Gameplan. Und zwar, wie gesagt, wir wussten nicht viel über ihn, aber wir wussten, unsere Stärke ist der Boden. Und von daher wussten wir, früher oder später geht es auf den Boden. Es war schade, dass wir nicht so lange im Stand-Up waren, weil er hatte gerade angefangen, die Distanz gut reinzukriegen, die Tritte ein bisschen abzufangen. Ich glaube, das hat der Jerome gemerkt und suchte dann den Clinch. Für ihn ein fataler Fehler. Für uns genau richtig, hat genau in unseren Plan gepasst. Und dann hat David halt den Sack zugemacht. Und ja, kann er gerne wieder so machen. Fehler, wir sind sehr geschwächt in den Kampf reingegangen. Also David hatte vorher mit Erkältung zu kämpfen. Er hatte vorher einen Bänderriss vor drei Monaten. Das heißt, wir haben mit Bänderriss trainiert. Der Fuß war des Öfteren dick, allein vom Pratzentraining. Und wir hatten da große Probleme, aber wir wussten, wir können es rechtzeitig schaffen. Und das haben wir gemacht. Und ich denke, wir sind wieder da. Ja, ich gebe es weiter und dann muss ich dich über den Bänderriss natürlich noch das eine oder andere fragen. Für uns war das Wichtigste, da wir gar nicht wussten, was überhaupt auf uns zukommt, haben wir gesagt, reingehen, fühlen und Ruhe bewahren. Das war perfekt von ihm. Für mich bin ich sehr zufrieden vom Kopf her. Der Kopf war angeschaltet ab dem Augenblick, wo er auf dem Teppich war. Fokussiert gewesen, Zeit beachtet, zu uns geguckt, gehört und voll in die Ruhe. Genau das, was wir wollten, weil wir nicht wussten, was kam. Hat er wunderbar durchgezogen. Am Boden war nicht mal ein Hauch von dem, wo man sagen könnte, jetzt wird es komisch, jetzt wird es eng. Wenig Arbeit für uns. Er hat uns das abgenommen und gerne wieder so. Im Stand-Up ist es immer interessant mit David, weil er immer so gerne einen wilden Stil hat und gerne lockt und die Hände runternimmt. Und wir haben gesagt, wir wissen nicht, woher er kommt, ob er satte Tritte hat. Er hatte satte Tritte. Und wir wussten natürlich nicht, er war ein Stück größer, vielleicht geht er auch mal zum Kopf. Also haben wir gesagt, diszipliniert David, diszipliniert. Und er war diszipliniert und hat zuerst mal kompakt gestanden und wir sind zufrieden. Rund um positives Feedback, wie man hört, jetzt gehe ich, wie gerade schon erwähnt, auf den Bänderriss an. Wie ernst ist es denn und ist es schlau, da zu kämpfen? Da kann ja theoretisch im Kampf ja alles passieren und dann stehst du halt da. Ja, schlau ist es nicht, ne? Oder dann stehst du eben nicht mehr, genau. Schlau ist es nicht, da zu kämpfen, aber wir wollten den Kampf haben, wir mussten ihn machen. Und ich hatte ein Jahr nicht gekämpft gehabt und ich musste wieder rein. Und das war wieder so quasi der Startschuss, dass es wieder weitergeht. Und wie jeder Kämpfer weiß, in der Vorbereitung, jede Vorbereitung, die ohne Verletzungen, die man überlebt, das ist keine Vorbereitung. Also man hat immer Wehwehchen und das war mein Wehwehchen. Wehwehchen, ja, wie, apropos Wehwehchen, wie sieht es denn jetzt gerade aus? Wie fühlt sich das Knie an? Äh, nicht das Knie, das ist das Gelenk, das Fußgelenk. Entschuldige, ich dachte, es war Bänder im Knie, aber du meinst das Gelenk. Ja, das Fußgelenk, ja. Also ich kann nicht treten, das, ja. Treten kann ich nicht. Aber was bringt das jetzt für die Zukunft? Hast du mit deinem Arzt schon gesprochen, muss da was gemacht werden oder reicht das, wenn du es tapest und kühlst und ähnliches? Ich spreche ungerne mit Ärzten, weil die sagen gerne, hör auf damit. Nein, also es ist okay. Ich werde jetzt das ein bisschen natürlich intensiver jetzt behandeln mit speziellem Training, dass es wieder stabil wird. Ansonsten mehr kann man nicht machen. Das ist so der Plan jetzt da. Was bringt die Zukunft? Wie geht es mit dir weiter? Ist schon was geplant? Ja, Zukunft. Ich bin 34, ne? Ich habe so eine große Zukunft, da habe ich nicht mehr in dem Sport. Ich hätte gerne noch drei, vier Kämpfe, würde ich noch machen und dann, ja, wenn Murat das erlaubt natürlich. Ja, er ist immer ein bisschen beratungsresistent, sowohl was Ärzte angeht, als auch was Trainingseinheiten oder Abfolgen angeht. Aber wir können ihn schon einigermaßen mittlerweile in der Form quetschen, weil es ist immer schwierig, wenn man sein eigener Boss ist und dann wieder alles abgibt. Das ist immer sehr schwierig. Aber er kriegt es mittlerweile hin, auch mal wieder die Verantwortung abzugeben. Nur das mit den Ärzten, das müssen wir noch in ihn reinprügeln, vielleicht funktioniert es. Aber kämpfen wird er auf jeden Fall noch, wenn sich gute Gelegenheiten anbieten. Und da haben wir ein Auge drauf und jetzt kümmert er sich erst mal ein bisschen um Familie. Da gibt es technische Schwierigkeiten im Hintergrund. Naja, lassen wir uns davon nicht ablenken. Wir wünschen dir alles Gute, ganz viel Gesundheit dann eben auch, dass du demnächst topfit wieder starten kannst. Und sind gespannt, wann wir dich wieder als nächstes sehen. Das letzte Wort gehört dir, wenn du noch was auf dem Herzen hast. Ja, ich wollte mich an meinen Trainingspartner bedanken, an Murat, an Oma, Tashta, Johnny, alle, die dabei waren, die Lara, an den Murat hier, dafür, dass er mir den Kampf organisiert hat, dass er immer an meiner Seite stand und mir geholfen hat, wieder zurückzukommen, halt mir Kraft gegeben hat. Das fand ich super. Und an Daniel, der mich hier komplett ruhig gehalten hat. Das war wie eine Tablette. Das hat richtig gepasst. Und an Leo, an meinen Trainer, an Master Leo und Piceno. Großes Dank für euer Training und ja, das war euer Werk. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Danke. Dankeschön. Dankeschön. Danke ma�in. Das war Glück-in. Das war wahinn. Du, als86 war aus ist, komme aus dem guter, dennig heleói-istung. trigger auf der Nikki-B 43-H Windspunkung. erness Libertragäu-istung ist ammer. ue Interview Deathrei. Torf 2, als gtech-istung. Tat 1968-up. laughs-istung's Papierbereich auf Schmer grinding population. Vielen Dank.